Auf Jemalade, geh weg, tschüss! Servus Leute, was geht und willkommen bei einem neuen Video. Ja Freunde, ich bin gerade bei einem Kollegen und viele, viele, viele haben mich gefragt, ey Herat, wohnst du nicht mehr in Stuttgart, weil wir sehen keine Snaps mehr von dir, wie du in der WG bist und du bist auf einmal weg von denen, postest keine Bilder von denen und bist auf einmal weg von da so. Bist du noch in Stuttgart, ja oder nein? Und ja Leute, ich bin nicht mehr in Stuttgart, schon seit etwas längerem sogar, seit ein paar Monaten mittlerweile. Und warum ich aus Stuttgart gezogen bin, wieder zurück hier bei meiner Familie ist, hat einfach so ein paar Gründe, Freunde, die möchte ich euch noch nicht sagen. Wenn die Zeit dafür gekommen ist, dann werde ich mal ein Video darüber machen, Leute. Ein Video, wo ich komplett euch alles sage, was da abging und sowas. Jetzt möchte ich das erstmal noch sein lassen und habe noch hier zu Besuch Salome dabei. Salome, komm mal her. Hey! Hey! Ja Leute, Salome ist hier bei uns für eine Woche und warum war Salome bei uns? Aus einem ganz einfachen Grund und zwar haben wir ein Musikvideo gedreht, Freunde, was halt am 1.7. online kommt und das hat echt, echt sehr viel Zeit gekostet und wir mussten uns halt überlegen, wie wir das ganze Drehbuch schreiben, wo wir das machen, wie die Location sein muss und haben dann zusammen das alles aufgenommen. Dann auch meine ganzen Kollegen waren dabei, Barbaros ist da, Hakan ist da hinten, der war nach fünf Minuten weg, aber egal. Auf jeden Fall, Leute, haben wir uns sehr viel überlegt. Auf jeden Fall, Leute, haben wir uns sehr viel überlegt, hat dieses Musikvideo. Das ist ein schönes Einblick, ja, ja. Ja. Guck mal, bitte. Ja, Leute, auf jeden Fall war Salome halt aus diesem Grund für eine Woche hier bei uns gewesen und wie fandest du es hier? Guck mal, weißt du was? Ich war gerade einfach so in dem Spiel, dass ich einfach gerade nicht so... Ich habe gerade überlegt, wenn ihr eine Frage gestellt habt, doch hat Spaß gemacht. Mega viel Spaß gemacht. Es ist viel länger geblieben, als ich eigentlich wollte. Ja, Leute, auf jeden Fall haben auch noch einige dann gefragt, da waren ein paar Bilder auf Instagram gekommen sind. Faut mal auf Instagram, Leute. Von lieber mir, halt besser. Ja, Leute, weil... Auf jeden Fall, Leute, habe ich dann auf Instagram ein paar Bilder gepostet, so mit der Crew, mit den ganzen Jungs und Salome war halt auch immer dabei gewesen und viele haben dann kommentiert, oh mein Gott, ey, seid ihr zusammen? Was macht Salome bei euch? Warum ist sie so lange bei euch? Ey, du hast bestimmt was mit ihr? Ist das deine neue Freundin? So, das sind Fragen, wo ich mir denke, ey, Leute, dürfen wir keinen Kontakt haben? Dürfen wir keine einfach so normalen Freunde sein? Dürfen wir nicht zusammen Musikvideo drehen oder so? Ich höre vor allem bei Video, ey, eskalieren wieder. Ja, bei... Dazu möchte ich aber separat demnächst noch... Dazu will ich ehrlich separat noch demnächst ein Video machen, wo ich euch ausführlich mal etwas dazu sage, Freunde, weil sowas, das geht einfach gar nicht, ey. Nö? Nö. Nö. Barbaros, komm mal her. Nö? Soll ich die Blätter wechseln? Komm, ich nehme mal kurz drauf. Geh mal, hey, geh weg. Tschüss. Hey, Schlägerei. Ja, Leute, und das ist Barbaros und jetzt geh raus. Ja, Leute, und das ist Barbaros und jetzt geh raus. Ja, Leute, auf jeden Fall. Leute, morgen kommt so ein verdammt witziges Video mit den zwei, ne? Mit Barbaros und Salome. Ihr werdet euch so totlachen. Das Video ist einfach so witzig geworden. Ich bin gestorben. Nein, ehrlich, das Video wird megawitzig. Auf jeden Fall, Leute, sehen wir uns dann morgen um 18 Uhr auf meinem Kanal wieder. Da kommt dieses Video online mit den zwei, ey, ohne Witz, Leute. Das ist so todeswitzig geworden, einfach. Vor allem, weil ich gewonnen habe. Ja, natürlich, natürlich. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen bei diesem Video wieder und ich lasse mir erstmal alles durch den Kopf gehen und vielleicht erzähle ich euch demnächst noch mehr. Peace out, macht's gut und haut rein und abonniert mich, Leute. Peace. Barbaros. Barbaros.